Forelle mit Butterbröseln und Chicorée lautet das heutige Gericht von Liesl Wagner-Bacher. Die Forellenfilets zuschneiden und eventuell noch vorhandene Gräten entfernen. Die Fischfilets mit Salz und Pfeffer würzen und auf der Hautseite in heißem Butterschmalz langsam beim mehrmaligem Übergießen glasig braten. Geröstete Brösel, geröstete Brotwürfel, knusprig gebratenen Speck und frittierte Petersilienblätter vermengen und mit Salz abschmecken. Den Chicorée in kleine Stücke schneiden. Einen Teil in Butter braten, mit etwas Salz und Zucker abschmecken. Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Zucker mischen und den restlichen Chicorée darin marinieren. Den gebratenen Chicorée anrichten. Das Fischfilet darauf setzen. Und mit den Bröseln bestreuen. Ebenso den marinierten Chicorée beigeben. Nach Belieben mit etwas Fischsoße angießen und mit frittierten Petersilienblättern garnieren. Gutes Gelingen und Mahlzeit! 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 Gutes Gelingen und Mahlzeit!